Sie hören Teil 2 von 3 von dem Artikel Ludwig Feuerbach aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 16. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Teil 2 von 3 des Artikels Ludwig Feuerbach behandelt die Hauptmomente der Philosophie Feuerbachs. Feuerbachs Philosophie ist immer auch die fruchtintensive Auseinandersetzung mit herrschenden geistigen Strömungen. Er hat nie versucht, ein philosophisches System zu entwickeln. Später lehnte er solche Systeme sogar grundsätzlich ab. Sein kritischer Geist verschonte auch eigene Anschauung nicht, was unter anderem dazu führte, dass er sich gegen Ende der 30er Jahre von der ursprünglich vertretenen Philosophie des deutschen Idealismus abwandte und eine Sichtweise entwickelte, die zu ihr in diametralem Gegensatz stand. Diese Wende macht es schwierig, Feuerbachs Philosophie im Lenksschnitt, also nach einzelnen Themen, aufgefächert zu behandeln. Bei der Darstellung ist daher immer auch die Chronologie zu berücksichtigen. Als Schüler und Bewunderer Hegels bekannte sich Feuerbach in den ersten Jahren seines Schaffens zu seinem Meister. In der Erlanger Dozentenzeit 1829-32 lehrte er Hegels Philosophie als das Organ der Philosophie selbst und noch 1835 verteidigte er Hegel öffentlich. Dessen Philosophie begeisterte ihn jedoch nicht nur als grandiose intellektuelle Leistung. Für ihn verwirklichte sie auch ein Menschheitsideal, das die spätere Aufklärung insgesamt beseelte. Indem diese Philosophie ausschließlich auf die Vernunft, an der alle Menschen teilhaben, aufbaute, stiftete sie etwas die Menschheit Einigendes, so schrieb Feuerbach. Denkend bin ich verbunden oder vielmehr, ich bin eins mit allen, ich selbst bin geradezu alle Menschen. Oder in Anlehnung an das Ich denke, also bin ich von Descartes, Ich denke, also bin ich alle Menschen. Seine Zuversicht zu Beginn seiner philosophischen Laufbahn beruhte auf der Überzeugung, dass dieses eine allgemeine, diese eine allgemeine unendliche Vernunft letztgültige philosophische Wahrheitserkenntnis ermöglicht und alle Wirklichkeit begrifflich erfassen lässt. Deshalb war der Primat des Geistigen für ihn lange Zeit fraglos und er bekannte sich ausdrücklich zum Idealismus. Eigentliche Wahrheit kommt nur dem Idealen, dem Geistigen zu. Zur Rechtfertigung berief er sich wiederholt auf das Beispiel des kopernikanischen Weltbildes. Das Materielle, das Auf- und Untergehen der Sonne, täuscht. Wahr ist das Geistige, die durch Theorie gewonnene Erkenntnis. Feuerbachs philosophische Parteiname hatte aber auch eine historische Komponente. Hegels rein rationales Denkgebäude war der progressive Gegenpol zur katolisierenden Romantik, die sich zusehends enger an die politische Rückwärtsbewegung der metternischen Restauration anschloss. Neues schuf Feuerbach zunächst auf dem Gebiet der Philosophiegeschichtsschreibung. Hier ging er über Hegel hinaus und leistete Pionierarbeit, indem er die philosophischen Systeme nicht wie Hegel als bloße Momente in der dialektischen Selbstfindung des Geistes verstand, sondern ihnen eine jeweils eigene Gültigkeit und Notwendigkeit zusprach. Seine Methode der Entwicklung, die nach dem Positiven, dem wahren Sinn der philosophischen Systeme fragt, ist im modernen Sinne hermeneutisch. Die beiden Werke Geschichte der Neuen Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt Spinoza 1833 und Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie 1837, ebenso der Zyklus der 1835-36 in Erlangen gehaltenen Vorlesungen über die Geschichte der Neuen Philosophie zählen zu den wichtigsten Werken Feuerbachs. In einer Rückschau sagte Feuerbach, er habe in den Werken der 30er Jahre unter fremden Namen die eigenen Gedanken ausgesprochen. Tatsächlich zieht sich vor allem durch die philosophiegeschichtlichen Arbeiten sehr deutlich ein Hauptmotiv. Dieses Hauptmotiv ist nämlich die zwiespältige Stellung der Natur in der abendländischen Philosophie seit Descartes. Die Art und Weise, wie die Philosophie der Neuzeit, die Philosophen der Neuzeit, der Natur begegneten und sie in ihre Denksysteme einordneten, empfand er als dualistisch, als gewaltsamen Bruch. Weil bei ihnen immer der Geist, das eigentliche Sein, also das Primäre ist, die Materie hingegen bloß sekundäres, uneigentliches Sein. Dadurch wird die Natur abgewertet. Dieser Dualismus beginnt mit Descartes, für den die Materie lediglich das Ausgedehnte war und zieht sich, wenngleich in subtilerer Form, bis hin zu Hegel. Dieser Geringschätzung der Natur steht Feuerbachs persönliches und ästhetisches Erleben entgegen. Er erfährt sie als überwältigende Herrlichkeit. Die Natur hat eigene Qualität, ja Autorität, auf die das Denken, laut Feuerbach, zu antworten hat. Dieses Hautmotiv tritt bereits in der Geschichte der Neuen Philosophien vielfältigerweise hervor. Anders als in der Hegelschule üblich, ließ Feuerbach die Philosophie der Neuzeit nicht mit Descartes, sondern mit Francis Bacon beginnen. Er begründete dies damit, dass Bacon das systematisch gesammelte Erfahrungswissen, also die Naturwissenschaften, zur Grundlage alles Wissens erhoben habe. Immer wieder betonte er die Bedeutung des Naturstudiums für die Entwicklung philosophischer Erkenntnis. Und der ganze zweite Teil des Buches ist eine Interpretation der Philosophiegeschichte im Sinne eines fortschreitenden spekulativen Vollzugs der Einheit von Geist und Natur. Nach dem Abschluss des Werkes beschäftigte sich Feuerbach intensiv mit den italienischen Naturphilosophen der Renaissance, besonders mit Giordano Bruno, mit dessen empathischer Naturbegeisterung er sich identifizierte. Spinozas Pantheismus, Geist und Natur sind Erscheinungsformen der eingöttlichen Substanz, war für ihn eine philosophische Position, hinter die nicht zurückgeschritten werden durfte. In der Monografie über Leibniz beschritt Feuerbach einen von Hegel bereits abweichenden Weg, um die Einheit von Geist und Natur zu begründen. Ausgehend von Leibniz' Monadentheorie wird die materielle Wirklichkeit, also die Natur, als alter Ego des Geistes, als sein ebenbürtiges, ihn auch herausforderndes, gegenübergefasst. Sie erhält ein Eigenrecht, das nicht an die spekulative Erfassung gebunden ist. Dieser Ansatz baute freilich immer noch auf die klassisch-philosophische Begriffsspekulation auf. Feuerbach hat ihn deshalb nicht weiter verfolgt und später ausdrücklich kritisiert. In seiner Studienzeit in Berlin hatte sich Feuerbach persönlich dem angestammten protestantischen Glauben entfremdet. Bereits in der ersten öffentlich verbreiteten, allerdings anonym herausgegebenen Schrift, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit 1830, verwarf er den Unsterblichkeitsglauben als lebensfeindlich. Ein Leben nach dem Tod zu wünschen, widerspräche dem Funktionieren der Natur, in der alles, also auch der Tod, war, ganz, ungeteilt, vollständig sei. Der Tod ist daher die ganze, die vollständige Auflösung deines ganzen, unvollständigen Seins. Vor allem aber gelange man erst durch die ungeteilte Bejahung des Todes zur ungeteilten Bejahung des Lebens. Auch den Glauben an einen persönlichen Gott lehnte er in dieser ersten Schrift bereits entschieden ab. Dieser Glaube sei selbstsüchtig, denn der Personengott sei für den Gläubigen nur Gewährleistung seiner selbst und seines eigenen Daseins. Offen bekannte sich Feuerbach zu jenem Pantheismus, dem im Gefolge Spinozers die meisten Denker und Dichter der Spätaufklärung und der Weimarer Klassik insgeheim anhängen. Die deftig, satirischen Xenien im zweiten Teil des Buches dokumentieren die Abkehr von traditioneller und kirchlicher Gläubigkeit. Trotz der teilweise ungelenken Verse haben sie bis heute viel von ihrem polemischen Biss bewahrt. Beim Thema Religion notierte Feuerbach auch früh einen Dissens mit seinem Lehrer. Hegel hatte auf einer grundsätzlichen Übereinstimmung von Philosophie und christlichem Glauben beharrt. Feuerbach war gegensätzlicher Meinung, doch er kritisierte Hegels Auffassung im Frühwerk nur implizit, so etwa in der Einleitung der Geschichte der Neuen Philosophie, wo er die historische Entwicklung nicht, wie Hegel, als Stufengang des Geistes sah, sondern auf einen scharfen Gegensatz zwischen dem Christentum und dem denkenden Geist hinauslaufen ließ. Der Geist habe sich aus der drückenden Herrschaft der Religion zu befreien gehabt. Deutlicher wurde er im Aufsatz gegen Friedrich Julius Stahl, wo er zum Befremden auch vieler Hegelianer radikal jede Gemeinsamkeit, jede Gemeinsamkeit zwischen der Religion und säkularen Institutionen wie dem Recht verneinte. Die beiden Bereiche seien einander dem Wesen nach fremd, ja entgegengesetzt. Erst als er der universitären Philosophie endgültig den Rücken kehrte und sich als freier Schriftsteller im ländlichen Bruckberg etablierte 1837, machte Feuerbach die Religionskritik zu seinem Hauptthema. Schon im letzten Kapitel der Leibniz-Monografie und vor allem in der Monografie über den Begründer der französischen Aufklärung, Pierre Bell, sprach er mit einer für die damaligen deutschen Verhältnisse unerhörten Direktheit aus, was die französischen Aufklärer schon im 18. Jahrhundert mehr oder weniger offen vertreten hatten. Der religiöse Glaube habe sich überlebt. Er sei des denkenden Menschen unwürdig. Anders als viele Aufklärer führte Feuerbach aber die religiöse Gläubigkeit nicht auf kirchliche Bevormundung zurück oder, wie Immanuel Kant, auf die Scheu, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Er arbeitete vielmehr zwei gegensätzliche Geisteshaltung heraus. Auf der einen Seite der in Dogmen Befangene und die Einsprüche der vernunftabwehrende Geist der Theologie. Auf der anderen Seite der Geist der Wissenschaft, der die Vernunft und die Gesetzmäßigkeit in der Natur als einzige Erkenntnisinstanz anerkennt. Vernunft und Wissenschaft seien aber in der Neuzeit zu so unabweisbaren Ergebnissen gelangt, dass es zur Frage der intellektuellen Redlichkeit werde, ob man noch an den religiösen Dogmen festhält. Der Glaube hatte für Feuerbach seine einstige Unschuld und Berechtigung verloren. Er wurde für ihn zur Heuchelei vor sich selbst und der Mitwelt. Diese Argumentation hatte eine historisch-gesellschaftliche Stoßrichtung. Sie richtete sich gegen die restaurativ-religiösen Tendenzen der Zeit, denen Feuerbach schon in der Polemik gegen Friedrich Julius Stahl den Kampf angesagt hatte. Das bezeugen zwei weitere Schriften, die etwa zur selben Zeit wie die Bähl-Monografie entstanden, allerdings als Beiträge zu aktuellen Debatten für eine Tageszeitung gedacht waren. Zu Kritik der positiven Philosophie und über Philosophie und Christentum in Beziehung auf den der hegelischen Philosophie gemachten Vorwurf der Unchristlichkeit. In teilweise scharfer Polemik spitzte Feuerbach hier das Argument der unvereinbaren Standpunkte zu. Wenn konservative Philosophen und Politiker forderten, die Philosophie habe sich an der Christlichkeit auszurichten, so entgegnete er mit vehementer Ablehnung jeglicher Vermittlung zwischen Religion und Philosophie. Bei der Philosophie könne es kein mehr oder weniger an Christlichkeit geben. Die Philosophie habe mit Christlichkeit so wenig zu tun, wie etwa die Mathematik. Religionskritik Kritisch-Genetisch Diese aufklärerisch-polemisch im Grunde lediglich verneinende Religionskritik überwand Feuerbach als in seinem berühmten Hauptwerk »Das Wesen des Christentums« von 1841 der Religion als geistiger Naturforscher begegnete und die Religion dadurch als menschliches Phänomen ernst nahm. Statt sie, wie noch Hegel, in ein philosophisches System einzuzwängen, ließ er die Religion erst einmal in ihrer Eigenart gelten. Der verstehende erste Teil des Buches ist doppelt so lang wie der kritische zweite Teil. Im Vorwort zur zweiten Auflage schrieb er »Ich aber lasse die Religion sich selbst aussprechen. Ich mache nur ihren Zuhörer und Dolmetscher, nicht ihren Souffleur. Nicht zu erfinden, zu entdecken, Dasein zu enthüllen, war mein einziger Zweck.« Feuerbach gelangte so zu einer Erklärung, die im modernen Sinne humanwissenschaftlich ist. Die Religion ist nicht einfach Unsinn oder Aberglaube. Sie ist die bildhafte Äußerung von Eigenschaften und Impulsen von Kräften, die der Mensch als so wichtig und wesentlich empfindet, dass sie für ihn sein Wesen, sein eigentliches Menschsein ausmachen. Die Religion ist identisch mit dem Bewusstsein des Menschen von seinem Wesen. Diese Kräfte erscheinen ihm nicht als individuell begrenzt, sondern als über den einzelnen Menschen hinausgehend. Wille, Liebe oder Herz sind keine Kräfte, welche der Mensch hat. Sie sind die ihn beseelenden, bestimmenden, beherrschenden Elemente, denen er keinen Widerstand entgegensetzen kann. Und weil der Mensch diese Kräfte oder Fähigkeiten als über seine individuelle Beschränktheit hinausgehend empfindet, hypostasiert und verabsolutiert er sie, ersetzt sie aus sich hinaus und verehrt sie als ein anderes, von ihm unterschiedenes, eigenes Wesen. Dieses Verständnis des Gottesglaubens erlaubt im Rückschluss die anthropologische Deutung der Religion. Laut Feuerbach. Die Religion ist die Reflexion, die Spiegelung des Menschen in sich selbst. Gott ist der Spiegel des Menschen. Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen. Die religiösen Glaubensinhalte vermitteln also eine Botschaft. Sie geben Aufschluss über das Wesen des Menschen. Gott ist für den Menschen das Stammbuch, in welches er die Namen der ihm teuersten, heiligsten Wesen einträgt. In zwölf Kapiteln des Wesens des Christentums versuchte Feuerbach, die wichtigsten Geheimnisse des christlichen Glaubens nacheinander zu deuten, indem er ihren anthropologischen Gehalt heraus schälte. Wenn die Religion sagt, Gott liebe Menschen, so bedeutet das, das Höchste ist die Liebe des Menschen. Oder das Geheimnis des leidenden Gottes besagt, Leiden für andere ist göttlich. Und dass Gott empfindet, heißt, die Empfindung ist göttlichen Wesens. Bemerkenswert ist, dass Feuerbach hinter den Geheimnissen des Glaubens stets das Herz oder Gemüt vorfand, wobei er beide Wörter synonym und paarweise verwendete. Begriffe wie Empfindung, Gefühl, Fantasie treten oft ergänzend hinzu. Feuerbach hatte damit offensichtlich etwas im Blick, wofür es seinerzeit noch keinen adäquaten Begriff gab und was wir heute als Psyche bezeichnen. Das Zusammenspiel der teils bewussten, teils unbewussten Regungen, Empfindungen und Vorstellungen, die Menschen das affektiv-emotionale Verhalten und weitgehend auch die Wahrnehmung bestimmen, für den mit dem psychoanalytischen Ansatz vertrauten Leser ist die Nähe zu Freud nicht zu übersehen. Vielfach wird versucht, Feuerbachs Religionskritik mit dem Begriff der Projektion zu erläutern, den Feuerbach selbst nie verwendet hat. Tatsächlich blendet der Ausdruck einen wichtigen Aspekt der Intentionen Feuerbachs aus. Ihm ging es nicht nur um die Feststellung von psychischen Fehlleistungen, sondern positiv um die Freilegung des unter den religiösen Bildern verdeckten Inhalts. Diesen Inhalt wollte Feuerbach freilegen, um ihn für das menschliche Zusammenleben nutzbar zu machen. Seiner Deutung lag also eine therapeutische Intention zugrunde. Er habe sich, sagte er im Vorwort zum ersten Band seiner sämtlichen Werke, die Ergründung und Heilung der Kopf, auch Herzkrankheiten der Menschheit zur Aufgabe gemacht. Im Grunde tat Feuerbach nichts anderes als später Freud, wenn er den Traum einerseits entschlüsselte, indem er seine natürliche Funktionsweise aufdeckte und ihn andererseits als kostbare Erkenntnisquelle für die Therapie nutzte. Kritik der spekulativen Philosophie In auch biografisch unmittelbarem Zusammenhang mit der anthropologisch orientierten Religionskritik steht Feuerbachs zweite berühmt gewordene kritische Leistung, die Kritik Hegels und der spekulativen Philosophie insgesamt. Wenige Monate nach dem Erscheinen des Wesen des Christentums wandte er in vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie, die Anspielung auf Lothar ist beabsichtigt, das auf die Religion angewandte Verfahren auch auf die Philosophie des Absoluten an, indem er sie anthropologisch deutete. Hinter dem absoluten Geist Hegels steckte das christliche Gottesbild, laut Feuerbach. Ein Jahr später explizierte er seine Kritik in Grundsätze der Philosophie der Zukunft. Feuerbach kritisierte an Hegels Philosophie nicht einzelne Auffassungen oder Schlüsse, sondern das Fundament, auf dem sie steht. Die Identität zwischen Denken und Sein. Das heißt, die Grundannahme, dass das logisch-begriffliche Denken des Philosophen die Welt zutreffend darstellt und letztendlich nichts anderes ist als die Selbstentfaltung des Weltgeistes. Diese Identität, die er früher bejahte, verwarf Feuerbach nun als rationale Theologie. Die Identität von Denken und Sein ist daher nur der Ausdruck von der Gottheit der Vernunft. Der Ausdruck davon, dass die Vernunft alles ist, wie in der strengen Theologie Gott alles ist. Allerdings ist auch diese Kritik nicht nur negativ, sie hatte genau wie seine Religionskritik eine positive Zielrichtung. Feuerbach ging es um die Anerkennung von etwas Wesentlichem, dass die hegelische Philosophie, wie jede spekulative Philosophie, vom Ansatz her verfehlt und dass er die Sinnlichkeit nannte. In der spekulativen Philosophie ist dieses Sinnliche negativ besetzt. Es gilt als Hindernis bei der Wahrheitserkenntnis, das mit dem begrifflichen Abstrahieren zu überwinden ist. Dieses Abstrahieren geht nicht vom Sinneneindruck aus, sondern beginnt, wie Hegel in der Einleitung zur Phänomenologie betonte, vom reinen Selbsterkennen. Dieses sei der reine Äther, in dem wir Wissen erlangen können. Feuerbach nahm nun die genau gegenteilige Position ein und sagte, das Sinnliche ist die erste Wirklichkeit. Alles Denken muss damit beginnen, dass es in dieser Wirklichkeit stellt und sie ernst nimmt. Alles andere ist sterile Beschäftigung des Denkens mit sich selbst. Weil es bereits mit abstrakten Gedanken beginnt, kommt es nicht von sich weg und gelangt immer nur zur Realisation seiner eigenen Abstraktion. So verhindert es die Freiheit des Geistes, denn nur die Anschauung der Dinge und Wesen in ihrer objektiven Wirklichkeit macht den Menschen frei und ledig aller Vorurteile. Neue Philosophie Feuerbach forderte also eine neue Philosophie, welche die Wahrheit der Sinnlichkeit mit Freuden, mit Bewusstsein anerkennt. Anstatt im reinen Selbsterkennen beginnt sie mit einer Konfrontation. Das denkende Ich macht zunächst die Erfahrung, dass ein Du existiert, das ihm einerseits Grenzen setzt, andererseits über sich hinaus hilft. Erkenntnis beginnt also da, wo das Ich an einem anderen Wesen Widerstand findet. Die Philosophie hört dann auf, ein Monolog des einsamen Denkers mit sich selbst zu sein. Sie wird zum Dialog zwischen Ich und Du. Das Du wirkt auf den Erkennenden zurück, denn als Sinnenwesen sind wir nicht neutral den Dingen oder Lebewesen gegenüber. Wir sind von ihnen betroffen. Wir lieben, hassen, bewundern, lehnen ab und so weiter. So wird Leidenschaft geradezu zum Kriterium der Existenz. Nur was, sei es nun wirkliches oder mögliches, Objekt der Leidenschaft, das ist. Kurz, was nicht geliebt wird, nicht geliebt werden kann, das ist nicht. Die von Feuerbach geförderte neue Philosophie erhält dadurch religiöse Qualität. Was aber nicht geliebt werden kann, das kann auch nicht angebetet werden. Nur was Objekt der Religion sein kann, das ist Objekt der Philosophie. Die neue Philosophie ist also dezidierter Humanismus. Weil alles Übersinnliche oder Übernatürliche, sei es ein außerweltlicher Gott oder ein absoluter Weltgeist, ausgeschlossen wird, ist diese Philosophie auch materialistisch. Einen platten Materialismus, der bei der Anschauung stehen bleibt und nur die Materie gelten lässt, lehnte Feuerbach jedoch ab. Er verstand seine Philosophie als das zu Verstand gebrachte Herz. Die Denkarbeit des Theoretisieren darf nicht unterbleiben, denn objektives Denken ist durchaus möglich, sofern dieses Denken nicht in gerader Linie in der Identität mit sich fortläuft, sondern sich durch die sinnliche Anschauung unterbricht. Das Denken muss allerdings in Kauf nehmen, dass das Objektive nicht in ganzen Zahlen, sondern nur in Brüchen darstellbar ist und vor allem muss es sich damit abfinden, dass es nie absolute Objektivität erreicht. Es wird immer in einem bestimmten Gesichtskreis befangen bleiben, denn wir denken immer als Mensch. Alles geistige Verarbeiten der sinnlichen Wirklichkeit wird immer das von Menschen sein. Was der Mensch auch immer nennt und ausspricht, immer spricht er sein eigenes Wesen aus. Dieser Materialismus wird in der Sekundärliteratur als anthropologischer Materialismus bezeichnet. Er unterscheidet sich vom Materialismus des 18. Jahrhunderts durch seine Blickrichtung. Dieser betrachtet den Menschen gleichsam vom großen Ganzen der Natur aus als bloßen Sonderfall und ist bestrebt, alles Menschliche auf physiologische Vorgänge und Mechanismen zurückzuführen. Man spricht deshalb von Reduktionismus. Feuerbach anerkannte vorbehaltlos die zu seiner Zeit als materialistisch geltenden Erklärungsbemühungen. Auch wenn die Wissenschaft noch weit davon entfernt sei, die Entstehung des Lebens nachweisen zu können, so bedeutete das keinesfalls, dass sie es prinzipiell nicht könne. Mit seinem berühmt gewordenen Diktum »Der Mensch ist, was er ist« kommentierte er zustimmend das Buch des Physiologen Jakob Moleschott, der erstmals einem breiten Publikum die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Stoffwechsel und körperlich-seelischem Wohlbefinden dargelegt hatte. Doch Feuerbachs Perspektive war die entgegengesetzte. Die Natur, wie sie den Wissenschaftlern Gegenstand ist, war für ihn das physisch, aber nicht moralisch erste Wesen. Das bewusste menschliche Wesen ist mir das dem Range nach erste Wesen. Seine Forschungsperspektive war also die anthropologische oder, um einen heutigen Begriff zu verwenden, die humanwissenschaftliche. Ihn interessierte die theoretische Aufarbeitung der menschlichen Phänomene vom Gesichtspunkt des menschlichen Lebens aus. Diese Perspektive muss zwar ohne das Instrumentarium der exakten Wissenschaften auskommen, gleichwohl muss sie sich auf empirische Untersuchungen stützen und nachvollziehbare Deutungen versuchen. Feuerbach nahm also bereits die Position ein, wie sie für die heutigen Humanwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Ethnologie und so weiter selbstverständlich ist. Und wie diese ging er nicht mehr systematisch vor, sondern beschränkte sich auf ein Forschungsfeld, nämlich die Religion. Die meisten seiner Schriften nach dem Wesen des Christentums, das er zweimal bearbeitete, haben diese als Thema. Auch die berühmten Vorlesungen im Heidelberger Rathaus, auch in den 50er Jahren, kompilierte und kommentierte er in achtjähriger Arbeit Quellen zur Theogonie, Gottesentstehung, aus dem griechischen, römischen und hebräischen Altertum. Materialistische Ethik und Willensfreiheit Schon im Wesen des Glaubens im Sinne Luthers und ausführlicher in den Heidelberger Vorlesungen hatte Feuerbach den Egoismus grundsätzlich positiv gewertet. Mit dem Selbsterhaltungstrieb sei der Egoismus Natur gegeben, offensichtlich veranlasst vom plötzlichen Erfolg der Schriften Schopenhauers befasste sich Feuerbach in zwei Schriften der späten Lebensphase mit der Frage der Willensfreiheit und den damit zusammenhängenden Grundfragen einer materialistischen Moral. Er stellte zunächst fest, dass es eine materielle Grundlage des menschlichen Verhaltens gäbe, nämlich den angeborenen Glückseligkeitstrieb. Dieser ist der Ur- und Grundtrieb alles dessen, was lebt und liebt, was ist und sein will. Er kann sich in Formen äußern, die ihm entgegenzulaufen scheinen, im Todeswillen des Selbstmörders, im Ideal des asketischen Heiligen, im Buddhismus oder im schopenhauerschen Pessimismus, dennoch ist er immer als Grundtendenz nachweisbar. Oftmals befindet er sich gleichsam im Ruhezustand. Die Glückseligkeit der Gesundheit empfinden wir nur, wenn sie fehlt. Auch der Gottesglaube ist eine Äußerung des Glückseligkeitstriebes. Auf den Glückseligkeitstrieb muss auch die Moral aufbauen. Ihr erstes und einziges Prinzip lautet, meinem eigenen Recht auf Glückseligkeit entspricht das Recht auf Glückseligkeit des Anderen. Gut und Böse sind keine metaphysischen Werte. Es gibt kein anderes Kennzeichen für Böse sein als Übeltun, kein anderes für Gut sein als Wohltun. Die Grundlage für moralisches Verhalten hat die Natur vorgegeben, die einen zwei- und gegenseitigen Glückseligkeitstrieb hervorgebracht hat. Dieser gründet darauf, dass der Mensch von Mutterleibe an die Güter des Lebens mit seinen Nächsten teilen muss, schon mit der Muttermilch, mit den Elementen des Lebens, also auch die Elemente der Moral einsaugt, als das sind Wissenschaftlichkeit, Beschränkung der unumschränkten Alleinherrschaft des eigenen Glückseligkeitstriebes. Aufgabe jeder Moral muss es also sein, dieser natürlichen Gegebenheit zur Entfaltung zu verhelfen. Was anderes kann also die Aufgabe der Moral sein, als dieses in der Natur der Dinge gegründete Band zwischen eigener und fremder Glückseligkeit mit Wissen und Willen zum Gesetz des menschlichen Denkens und Handels zu machen. Heftig distanzierte sich Feuerbach deshalb auch von Kants Pflichtethik, die im wilhelminischen Deutschland besonders hoch im Kurs stand. Eine Moral dagegen, welche dieses Band zerreißt, welche die Fälle, wo Pflicht und Glückseligkeitstriebe in Widerstreit geraten, zu ihrem Ausgangspunkt zum Grunde dieser Zertrennung macht, was anderes kann sie sein als willkürliche Menschensatzung und Kasuistik. Wenn moralisches Verhalten die Entfaltung natürlicher Gegebenheiten ist, bedeutet dies umgekehrt, dass die Moral an menschenwürdige Lebensverhältnisse geknüpft ist. Feuerbach wurde in diesem Punkt politisch, er berief sich auch ausdrücklich auf die Beschreibung des Arbeiterelends im Kapital von Karl Marx. Es gibt keine Glückseligkeit ohne Tugend. Ihr habt Recht, ihr Moralisten, aber merkt es euch, es gibt auch keine Tugend ohne Glückseligkeit und damit fällt die Moral ins Gebiet der Privatökonomie oder Nationalökonomie. Unter unmenschlichen Verhältnissen betonte er, sei auch der Moral aller Spielraum genommen. Wo das zum Leben Notwendige fehlt, da fehlt auch die sinnliche Notwendigkeit. Seine Folgerung lautete, Wollt ihr daher der Moraleingang verschaffen, so schafft vor allem die ihr im Wege stehenden materiellen Hindernisse hinweg. Bei der Frage der Willensfreiheit vertrat Feuerbach Positionen, die den Ansichten heutiger Psychologen und Hirnforscher nahe kommen. Er verneinte zwar den freien Willen nicht grundsätzlich, sah ihm jedoch recht enge Grenzen gesetzt. Eine reine Unbestimmtheit des Willens, wie Hegel sie postuliert hatte, lehnte er als theoretisches Abstraktum der traditionellen Philosophie und Moral von vornherein ab. Als Ausgangspunkt sah er auch hier den Glückseligkeitstrieb, denn Wille sei wesentlich etwas wollen und dieses Etwas könne nur Wohlsein sein. Ich will heißt ich will nicht leiden. Ich will glücklich sein. Das gelte sogar für Selbstmord. Ich kann nur dann den Tod wollen, wenn er für mich eine Notwendigkeit ist. Da sich unser Wollen nicht jenseits sondern diesseits der natürlichen Bedürfnisse abspiele, könne man unabhängig vom Glückseligkeitstrieb überhaupt nicht von Willen reden. Wo aber ein Wesen aufhört, Glückseligkeit zu wollen, da hört es auf überhaupt zu wollen. Oder kürzer, Wille ist Glückseligkeits Wille. Die zweite Grenze für die Willensfreiheit sah Feuerbach im individuellen Charakter. Hier traf er die Feststellung. Mein Wesen ist nicht Folge meines Willens, sondern umgekehrt mein Wille Folge meines Wesens. Wir sind also nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir sind. Dem arbeitsamen Typen fällt es leicht, arbeiten zu wollen. Das Genießen wollen hingegen fällt ihm schwer. Beim Genießer Typ ist es umgekehrt. Den Menschen ist dies zumeist nicht bewusst, deshalb verwechseln sie die Leichtigkeit, mit denen sie das eine oder andere wollen können, mit Willensstärke und unterdrücken damit anders Veranlagte, denen sie entsprechende Willensschwäche vorwerfen. Weil der Mensch von dem Wesen hinter seinem Bewusstsein nichts weiß, als was eben mit dem Willen vor sein Bewusstsein tritt, so setzt er den Willen selbst vor sein Wesen, macht ihn zum a priori desselben, sein individuelles Wesen, anderen zum Gesetz, sein Sein zum Sein Sollen für sie. Ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein.